Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Sie haben gerade schon gehört, ich bin von Hause aus Volkswirt, hatte eine sehr, sehr neoklassische Ausprägung, wem das was sagt, sehr mathematisch formale Modelle in Konstanz und habe aber auch während meines Studiums Anfang der 70er Jahre bereits Umweltökonomie gehört, bei einem der Ersten, der das gelehrt hat, das war Bruno Frei damals. Aber in den letzten 20 Jahren habe ich dann mich sehr stark und schwerpunktmäßig dem Thema nachhaltige Entwicklung zugewandt als Volkswirt und dabei geht es mir darum, von der Mainstream-Ökonomie sozusagen zu einer nachhaltigen Ökonomie zu kommen. Das ist mein Anliegen und dazu haben wir relativ viel publiziert, auch zu dem Thema, das jetzt hier aufgerufen ist. Ich sage ganz kurz, ich bin Schwabe und kann das deshalb gut sagen, bei der Landeszentrale für politische Bildung ist ein kleines Buch letztes Jahr zu dem Thema von mir erschienen und das können Sie, und deshalb als Schwabe, das können Sie dort kostenlos anfordern über Internet. Und insofern, falls Sie es interessiert, das nochmal so ein bisschen zu vertiefen, wäre das eine Möglichkeit, das dort über Internet anzufordern. Zweiter Punkt, den ich vielleicht ganz kurz erwähnen möchte, ich habe gegenwärtig die wissenschaftliche Leitung eines großen Beratungsprojektes für die vietnamesische Regierung. Die Regierung in Vietnam hat eine sogenannte Green Growth Strategy rausgebracht, können Sie auch im Internet finden, und damit will Vietnam eine umweltgerechte, nachhaltige Wirtschaft realisieren. In dieser Strategie sind eigentlich alle wichtigen Punkte auch enthalten. Und wie das so in so einem Einparteien-System, sozialistischen System der Fall ist, man gibt das von oben herunter und die Menschen unten wissen nicht so richtig, wie sie es jetzt umsetzen sollen. Und deshalb hat man dann eine deutsche Delegation, also deutsch-vietnamesische Kooperation aufgetan, weil wir erstaunlich viel Reputation in der Welt haben, was Umwelt und Nachhaltigkeit anbetrifft. Und deshalb sind wir jetzt sehr dabei, über vier Jahre insgesamt, das erste Jahr ist gerade abgelaufen, eben so etwas wie heute Abend auch zu diskutieren ist, in Vietnam aufzubauen. Soweit noch einige Ergänzungen zu dem, was Sie schon über mich gesagt haben. Und da möchte ich auch ganz schnell zu den Themenschwerpunkten kommen, die ich hier vortragen möchte. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Relevanz von Wirtschaftswachstum, und zwar aus diesen beiden Perspektiven, aus der Mainstream-Ökonomie, wie wird Wirtschaftswachstum hier begründet, warum brauchen wir Wirtschaftswachstum im Rahmen der Mainstream-Ökonomie, und dann welche Anforderungen würde eine nachhaltige Nachhaltigkeit an Wirtschaftswachstum, welche Anforderungen haben wir aus der Nachhaltigkeit an Wirtschaftswachstum. Ich möchte dann ganz kurz noch mal die unterschiedlichen Positionen, da haben wir eine sehr massive Kontroverse, mit der wir auch in Zukunft sicher noch mehr konfrontiert werden, weil die Wachstumsgegner sich nun wirklich sehr intensiv formieren, weltweit. Und das kommt sicher auch auf die westlichen Regierungen zumindest zu. Insofern ist es ganz gut, da noch mal einen Blick drauf zu werfen. Drei Anforderungen an ein nachhaltiges Wachstum. Welches sind die Anforderungen? Und schließlich in den Schlussfolgerungen dann auch noch mal, wie ließe sich das politisch fördern? Ich halte mich da zurück, zu sagen, wie ließe sich das realisieren, sondern welche Fördermaßnahmen wären wirtschaftspolitisch notwendig, um hier weiterzukommen. Hier noch mal die Relevanz von Wirtschaftswachstum. Auf der einen Seite Wirtschaftswachstum, das hatten Sie auch gerade gesagt schon, ist ein Indikator, der für Ökonomen einfach der zentrale Indikator ist. Also nehmen Sie dem Ökonomen das Bruttoinlandsprodukt weg und er weiß nicht mehr so richtig weiter. Um das mal so zu sagen. Aber es ist natürlich auch der Ausdruck der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft, so wie es bisher verstanden wird, zeigt über die Dynamik einer Wirtschaft aus. Nehmen Sie jetzt China, wo das Wirtschaftswachstum relativ stark eingebrochen ist. Und schließlich natürlich Wohlstand der Mitglieder einer Gesellschaft, also das Pro-Kopf-Einkommen. Warum brauchen wir Wirtschaftswachstum in dem Zusammenhang? Es gibt mindestens vier Argumente. Einmal, um Beschäftigung zu erzielen oder mehr Beschäftigung zu erzielen. Steigendes Wirtschaftswachstum führt zu mehr Beschäftigung. Zweitens, die Funktionsweise sozialer Sicherungssysteme, unsere sozialen Sicherungssysteme sind einfach abhängig auch von Wirtschaftswachstum, so wie sie aufgebaut sind. Dann ein stabiles und erwünschtes staatliches Budget. Die Ansprüche an das staatliche Budget oder an die staatliche Politik werden größer in der Bildung und in anderen Bereichen. Und insofern wird auch hier immer wieder argumentiert, wir brauchen Wirtschaftswachstum, damit eben entsprechend Steuereinnahmen erzielt werden können, die dann diese Aufgaben ermöglichen. Schließlich könnte man noch ein Argument zumindest hinzufügen, nämlich dem Punkt, dass Wirtschaftswachstum, wenn wir Wirtschaftswachstum haben, Umverteilungsprozesse leichter möglich sind. Das heißt, stellen Sie sich vor, wir hätten ein Nullwachstum, das heißt also, die Wirtschaft würde im Wesentlichen stagnieren, dann sind Umverteilungsprozesse natürlich sehr viel schwieriger. Wenn wir das, und das können wir natürlich machen und werden es auch machen, alles in Frage stellen, wie das zum Beispiel die Wachstumsgegner tun, dann wird die Argumentation so sein, dass wir einen großen Transformationsprozess brauchen. Wir müssen dann von diesem Wirtschaftssystem, in dem wir zurzeit leben und so wie es funktioniert, in etwas ganz anderes reingehen. Wobei, ich muss immer wieder sagen, dieser geforderte große Transformationsprozess ist mir bisher nicht so ganz klar geworden. Ich glaube, er ist auch noch nicht entsprechend ausdifferenziert und also in meinen Augen nicht genug ausdifferenziert. Und darauf komme ich dann am Schluss auch noch mal zurück. Begründung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Wirtschaftswachstum muss entsprechend der drei Dimensionen, die Sie gerade schon angesprochen haben, muss natürlich umweltverträglich sein. Sehr viel umweltverträglicher, als wir das bisher hatten. Zweitens, Wirtschaftswachstum soll den Wohlstand und vor allem, da kommt der Begriff der Lebensqualität, den ich persönlich für sehr wichtig halte. Der Bürger erhalten, also da geht es eben nicht nur um diese Eindimensionalität des Pro-Kopf-Einkommens, sondern es geht um eine sehr viel breitere Kategorie wie Lebensqualität. Da gehören eben auch zum Beispiel Gesundheit und so weiter dazu. Und schließlich Wirtschaftswachstum muss gesellschaftlichen Anforderungen genügen. Sie hatten gerade schon angedeutet, es gibt durchaus Wirtschaftswachstum, dass unsere Gesellschaft nicht dienlich ist. Wir haben drei Kinder und ich kann Ihnen sagen, zwei Söhne dabei. Und wenn ich so diese ganzen Computerspiele und vor allem auch die Gewaltspiele und so auch natürlich mitbekommen habe, dann würde ich sagen, das ist eine Wachstumsbranche, die gesellschaftlich nicht unbedingt, jedenfalls nach meinem Verständnis, erwünscht ist. Gut, und da gibt es natürlich auch andere Bereiche, wo wir das feststellen können. Jetzt komme ich ganz kurz unterschiedliche Positionen zu nachhaltigem Wachstum, zu meinem Punkt zwei. Und da können Sie sehen, es gibt heute eigentlich vier grundlegende Positionen, wo man sich eigentlich irgendwo einordnen sollte. Die neoklassische Position, wir brauchen, und dann gibt es da auch die endogene Wachstumstheorie. Wachstumstheorie, das möchte ich jetzt gar nicht mehr groß aufschlüsseln, sondern möchte nur feststellen, neoklassische Position ist, und so habe ich es sehr intensiv auch in meinem Studium mitbekommen, darauf ausgerichtet, dass wir mehr Wachstum brauchen. Die ganze Wachstumstheorie ist darauf ausgerichtet zu begründen, wie können wir zu mehr Wachstum kommen. Und da spielt dann zum Beispiel so etwas eine Rolle wie der technische Fortschritt. Innovationen sind eigentlich dann die Wachstumstreiber. Dann die Position der ökologischen Ökonomie, die so in den 80er Jahren in den USA aufkam. Hermann Daly, einer der ganz großen Vertreter der ökologischen Ökonomie, und da können Sie auch sehen in der Reihenfolge der Begriffe ökologische Ökonomie, dass die Vertreter, Vertreterinnen eben sehr stark fordern, dass wir das Wirtschaften in die Grenzen der ökologischen Systeme zurückführen müssen. Und das klingt, glaube ich, wirklich sehr plausibel, und diese Position kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sind aber auch bisher jedenfalls überwiegend, Hermann Daly zum Beispiel auch, absolute Wachstumsgegner. Das heißt, sie fordern eigentlich ein Nullwachstum. Das hat sich weiterentwickelt Richtung Postwachstumsgesellschaft, Postwachstumsökonomie. In 14 Tagen kommt Angelika Zahnd, das ist so eine der großen Protagonistinnen in Deutschland, zu dieser Position der Postwachstumsgesellschaft. Aber es gibt auch sehr bekannte Ökonomen, zum Beispiel der englische Ökonom hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben zu dem Thema Wohlstand ohne Wachstum. Tim Jackson, das Buch ist auch in deutscher Sprache erschienen und lässt sich wirklich sehr gut lesen. Ich mag den Tim Jackson eigentlich sehr gerne. Das ist also so diese Position auch. Nullwachstum eigentlich oder kein weiteres Wachstum. Aber zum Beispiel Tim Jackson, wenn man das Buch liest von ihm, dann kommt dieser Ansatz eines Transformationsprozesses schon sehr viel deutlicher raus. Und die vierte Kategorie sind dann die Vertreter eines Degrowth. Das kommt ja aus Frankreich. Da gab es oder gibt es einen Philosophen und Ökonomen, der diese Position sozusagen in die Diskussion gebracht hat. Und diese Vertreter zu dem Degrowth-Ansatz, die formieren sich wirklich weltweit sehr intensiv, haben große internationale Konferenzen. Und ich denke, dass man von denen in Zukunft deutlich mehr hören wird. Kleine Episode. Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass auch der ehemalige französische Präsident Sarkozy eine Kommission bestellt hat, eine hochrangige Kommission zu dem Thema Wachstum, die einen kritischen Report geschrieben hat. Und als Sarkozy das erste Mal von den Degrowth-Leuten gehört hat, zumal es eben aus Frankreich kommt, diese Orientierung, hat er die einfach als Terroristen abgetan. Und das war so ein bisschen erschreckend, muss ich gestehen. Gut, also ich habe das einfach nur noch mal aufgelistet, welche Positionen gibt es. Degrowth sagen oder die Vertreter sagen, das Wachstum muss reduziert werden. Also es geht nicht nur um Nullwachstum in Industrieländern, sondern das Wachstum muss reduziert werden. Und wie gesagt, Postwachstum, Degrowth, auch ökologische Ökonomie, ist eigentlich nicht möglich in einem System, Wirtschaftssystem, so wie wir es gegenwärtig haben. Anforderungen an ein nachhaltiges Wachstum. Wir haben die Kontroverse von der uneingeschränkten Befürwortung von Wachstum bis eben zur Schrumpfung von Wachstum. Und die Kontroverse ist auch klar besetzt sozusagen. Neoklassische Ökonomen sagen, wir brauchen Wachstum, um überhaupt Umweltschutz betreiben zu können. Diese Position klingt ein bisschen problematisch, ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen, möchte ich gleich sagen. Es gibt da eine ganz große Diskussion, die ich auch in diesem kleinen Buch so ein bisschen aufgezeigt habe, mit der sogenannten Kussnitz-Kurve. Das heißt also, die Länder, die ein sehr geringes Durchschnittseinkommen haben und ein steigendes Einkommen haben, belasten erst mal die Umwelt mehr und ab einem bestimmten Einkommensdurchschnittseinkommen nimmt dann die Umweltbelastung tendenziell ab. Das ist die Kussnitz-Kurve ganz einfach erklärt. Und da gibt es tatsächlich empirische Belege dafür, dass das in diese Richtung läuft. Und insofern, ja, es ist wichtig, zumindest diesen Zusammenhang auch zur Kenntnis zu nehmen. Man kann sich damit kritisch auseinandersetzen, aber ich denke, man sollte es zur Kenntnis nehmen. Und die Wachstumsgegner, entweder Nullwachstum oder Degrowth, argumentieren natürlich sehr stark aus der Umweltperspektive, was ja auch gut nachvollziehbar ist, weil wir einfach vor allem auch in Entwicklungsländern zum Teil massive Umweltprobleme haben. Sie kennen diese Bilder aus China, aber zum Beispiel auch in einem anderen aufstrebenden Land, mit dem ich mich sehr lange schon beschäftige, seit über 30 Jahren Indien. Delhi ist die Stadt weltweit mit der höchsten Luftbelastung. Also es ist gar nicht mal Peking, sondern es ist Delhi. Und das zeugt natürlich auch massive soziale Probleme, indem einfach die Gesundheit der Bevölkerung darunter sehr leidet. Und es gibt zum Beispiel einen Report der Asian Development Bank, der schon vor einigen Jahren rausgekommen wurde, leider gar nicht so sehr zur Kenntnis genommen, wo Experten aufzeigen, dass bei einer starken Umweltbelastung, vor allem Luftbelastung, die intellektuelle Entwicklung von Kleinkindern leidet. Und das ist natürlich schon massiv, wenn man sich das vergegenwärtigt. Gut, es geht also um die Frage Wachstum, Umwelt. Das ist eindeutig. Und in der Nachhaltigkeitsdiskussion sprechen wir dann eben auch hier von der sogenannten ökologischen Nachhaltigkeit. Das Thema ist nicht ganz neu des nachhaltigen Wachstums, sondern es geht ja im Prinzip auch darauf zurück, dass wir in den 80er Jahren, Ende der 70er und dann in den 80er Jahren eine Diskussion über qualitatives Wachstum hatten, mit dem wir uns auch schon relativ intensiv zu der damaligen Zeit beschäftigt haben. Da war ich noch in Stuttgart tätig und da gab es einige Vertreter, die Richtung qualitatives Wachstum gearbeitet haben. Und einer der größten Protagonisten war und ist bis heute eigentlich Binsweiner, ein Schweizer Ökonom in St. Gallen lange Zeit tätig. Und er sagte, qualitatives Wachstum bedeutet pro Kopfwachstum mit hoher Gleichverteilung. Das war für ihn ein wichtiges Kriterium. Hohe Zunahme der Lebensqualität, also nicht durch Umweltbelastung, Beeinträchtigung des Gesundheitsniveaus, so wie wir es auch bei uns noch haben. Und dann schließlich dauerhaft gleichbleibende beziehungsweise steigende Umweltqualität. Das waren so seine drei wesentlichen Kriterien, die auch für das Thema des nachhaltigen Wachstums heute noch durchaus relevant sind. Aber was damals unter anderem noch nicht so berücksichtigt wurde, was in dem Thema des nachhaltigen Wachstums auch eine ganz große Rolle spielt, ist natürlich der Ressourcenverbrauch. Und da möchte ich nur ganz kurz die Richtung so ein bisschen aufzeigen. Es geht eben nicht um Öl und Gas, sondern es geht in dem Zusammenhang auch in zunehmendem Maße um seltene Metalle, seltene Erden, die eben vor allem für die neuen Technologien, Handys, Laptops und so weiter, aber auch für Windräder gebraucht werden. Also auch für regenerative Energieträger, für Solaranlagen werden all diese Metalle gebraucht und wo wir sicher nicht unendlich viel haben. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, mit dem wir uns auch sehr stark beschäftigen, auch mit einem Kollegen zusammen aus Augsburg, Armin Reller, dass wir sagen, es geht nicht nur um die Verfügbarkeit dieser Ressourcen, sondern es geht auch um den vom Abbau bis zur Entsorgung dieser Ressourcen. Also Abbau, wenn Sie sich damit beschäftigen, wie Ressourcen, seltene Metalle, seltene Erden, gerade zum Beispiel im Kongo abgebaut werden. Gehen Sie mal ins Internet, da wird es Ihnen wirklich ganz schlecht, wie da Kinder missbraucht werden, in kleine Röhren da reingesteckt werden, wo Sie das dann rausholen müssen und so weiter. Aber nicht nur im Kongo, sondern eben auch in vielen anderen Ländern. Das heißt, das beschäftigt uns, dass der Ressourcenverbrauch auf der einen Seite, aber auch die Ressourcengewinnung, der Abbau und dann schließlich natürlich auch die Entsorgung über Recyclingmethoden und so weiter. Um das nun mal auch an einem Beispiel ganz kurz deutlich zu machen. Armin Reller hat mit seinen Mitarbeitern mal ausgerechnet, vor einigen Jahren, da wurden, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Millionen Handys entsorgt. Und Sie wissen, dass Handys nach wie vor noch nicht entsprechend recycelt werden können, sondern von den zehn Metallen, die da drin sind, höchstens zwei zurückgewonnen werden können. Und dabei bei der Entsorgung von Handys ist, ich glaube, insgesamt 16 Tonnen Gold verloren gegangen. Nicht einfach nur mal, um das an einem Beispiel deutlich zu machen, wo wir stehen. Und das ist ja in anderen Ländern noch viel weniger verbreitet mit Recycling von all diesen Dingen. Anforderungen an ein Wachstum ökologischer Nachhaltigkeit. Wir dürfen die Tragekapazität der ökologischen Systeme nicht überschreiten. Das war auch eine wichtige Forderung von Hermann Delich schon vor 20 Jahren. Und wir sind ständig dabei. Also CO2-Emissionen kriegen wir einfach bisher noch nicht in den Griff. Und Sie kennen sicher die Zahlen, auch bei den Klimaverhandlungen jetzt in Paris wurde das ja noch mal gesagt, dass wir spätestens bis 2050 eben weltweit auf zwei Tonnen pro Kopf pro Jahr runterkommen müssen. Und in den USA haben wir 20 Tonnen pro Kopf eher steigend statt sinkend. In China haben wir auch einen deutlichen Anstieg von CO2-Emissionen pro Kopf. Das heißt, das Thema ist einfach da präsent. Und da haben wir noch sehr viel vor uns, um das einigermaßen hinzukriegen, um diese magischen 2 Grad im Durchschnitt Temperaturerhöhung auch einhalten zu können. Grenzen ökologischer Systeme müssen beachtet werden. Nehmen Sie die Wälder weltweit, wo wir auch die Grenzen dieses ökologischen Systems eben nicht in ausreichendem Maße beachten, sondern da wird eben nach wie vor auch, werden große Waldflächen abgeholzt. Aber auch ein ganz großes Thema sind natürlich die Meere, wo wir eben sagen können, die ökologischen Systeme werden in dem Maße gebraucht, ich sage es mal ganz vorsichtig, man könnte auch sicher sagen, missbraucht, dass wir darunter selbst eben auch zu leiden haben. Sie wissen, was heute in den Fischen zum Teil schon an Plastikteilchen und so weiter drin ist. Und dann eben auch die Berücksichtigung der Ressourcenknappheit und man könnte hier noch hinzufügen, auch der Abbau von Ressourcen. Das sind Anforderungen, würde ich mal sagen, an die ökologische Nachhaltigkeit. Das könnte man sicher noch weiter ausdehnen, aber ich glaube, mit den drei Unterpunkten wird die Richtung klar. Jetzt kommen wir an einen Punkt, der bisher relativ stark vernachlässigt wurde und dem ich jetzt auch ein bisschen mehr Gewicht geben möchte, nämlich bisher wurde Wachstum eindeutig mit ökologischer Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht, mit den ökologischen Systemen und so weiter. Aber Wachstum und soziale Nachhaltigkeit hat bisher eigentlich, finden Sie in der Literatur viel zu wenig, denke ich mal. Dabei gibt es eine Reihe von interessanten Untersuchungen, auf die ich jetzt auch so ein bisschen zu sprechen kommen möchte. Stärkung, wir haben den Begriff jetzt auch, oder der wurde eingeführt, des sozialen Wachstums, also nicht eben des rein ökonomischen Wachstums, sondern des sozialen Wachstums. Dazu gehört eben Bildung, Gesundheit, Pflege, erneuerbare Energien und so weiter. Und an diesem Punkt sehen Sie, glaube ich, schon, in welche Richtung auch meine Intention geht, dass ich eben nicht sage, Wachstum ist per se schlecht oder wir brauchen ein Nullwachstum per se, sondern es gibt sehr wohl Wachstumsbereiche, die sind gesellschaftlich, aber auch gesellschaftlicher Wünscht und ökologisch relativ unproblematisch. Das sollten wir, glaube ich, einfach in Erinnerung behalten. Der zweite Punkt ist Erhöhung des Gemeinwohls der Gesellschaft. Und da finde ich sehr hilfreich den sogenannten Capability-Ansatz von Amartya Sen. Amartya Sen ist ein von Hause aus indischer Ökonom, der aber schon sehr lange jetzt an der London School of Economics lehrt und dort auch forscht und der diesen Ansatz schon in den 80er Jahren entwickelt hat. Was steckt dahinter, hinter diesem Capability-Ansatz? Man kann es frei übersetzen, indem man einfach sagt, die Wahrnehmung oder die Umsetzung von Chancengleichheit. Wir können das beobachten oder feststellen, dass eigentlich in allen Verfassungen weltweit, nationalen Verfassungen, die Chancengleichheit aufgeführt wird. Auch in der Bundesrepublik natürlich spielt Chancengleichheit eine wichtige Rolle. Aber mit der Umsetzung hapert es eben dann zum Teil. Also ganz schlimm natürlich eine Gesellschaft wie Indien mit dem Kassensystem und so weiter, wo wirklich die Chancengleichheit mit den Füßen getreten wird sozusagen. Und in dem Zusammenhang hat Amartya Sen dann eben gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir Chancengleichheit über die Verfassung fordern, vielleicht auch in der Politik das eine oder andere tun, sondern die Menschen müssen die Möglichkeit haben, ihre Chancen auch wirklich wahrzunehmen. Das werden wir jetzt natürlich auch in der ganzen Integrationsdiskussion wiederfinden. Haben diese Flüchtlinge dann tatsächlich, vor allem auch die Jugendlichen, die Möglichkeit, in unserer Gesellschaft ihre Chancen entsprechend wahrzunehmen? Also dieser Ansatz von Amartya Sen halte ich für das Gemeinwohl einer Gesellschaft für besonders wichtig, denn das Gemeinwohl einer Gesellschaft führt natürlich auch dazu, dass eine Gesellschaft in sich stabiler wird. Wenn Sie sich mal anschauen, zum Beispiel die amerikanische Gesellschaft, wo die Wahrnehmung von Chancengleichheit auch sicher zum Teil noch sehr lückenhaft ist, um es mal so zu sagen, haben wir eine enorm hohe Kriminalität und es gibt kaum ein anderes Land, wo so viele Gefangene, also jetzt mal abgesehen von politischen Gefangenen in irgendwelchen anderen Ländern, aber wo wir so viele Gefangene haben und ständig neue Gefängnisse gebaut werden müssen. Das hat etwas zu tun, wenn man sich mit den Publikationen hierzu beschäftigt, hat etwas zu tun, dass diese Gesellschaft eben nicht sehr kohärent ist und eben kein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Und das haben wir auch in anderen Gesellschaften. Nehmen Sie zum Beispiel auch noch mal Indien. Sie wissen, dass in Indien durch den Hinduismus das Kastensystem ganz gut funktioniert hat, weil es immer hieß, wenn du in diesem Leben eben einer unteren Kaste angehörst, dann wirst du im nächsten Leben ein besseres Leben haben. Und jetzt gibt es eben, ja erstaunlicherweise in Indien zunehmend Menschen, die sagen, nee, wir wollen es jetzt schon haben, besser haben. Und da gibt es ganz massive militante Konflikte jetzt in Indien um diese soziale Differenzierung, weil es eben eine Reihe von Gruppierungen in Indien gibt, die damit nicht mehr einverstanden sind. Und die anderen sagen, doch, doch, wir wollen das Kastensystem haben, weil natürlich dadurch die oberen Kassen ihre Privilegien haben und ihre Privilegien dann auch erhalten wollen. Das heißt also, Gemeinwohl der Gesellschaft bedeutet in meinen Augen oder in unseren Augen, und wir haben uns da auch in größeren Gruppen mit beschäftigt, bedeutet eben, den Zusammenhalt einer Gesellschaft zu stärken. Und da, denke ich, ist nochmal der Capability-Ansatz sicher ein wichtiger Hinweis oder eine wichtige Grundlage. Sicherung eines sozialverträglichen Existenzminimums, auch das haben wir natürlich immer wieder in Deutschland gehabt, nehmen Sie die ganze Diskussion des Mindestlohns, eine unglaublich zähe Diskussion in Deutschland, wo sich jetzt herausgestellt hat, genau das, was zu erwarten war, es beeinträchtigt unsere Wirtschaft keinesfalls. Und das hätten wir auch vorher schon sagen können, weil fast alle europäischen Länder und viele andere Länder außerhalb Europas den Mindestlohn schon längst eingeführt haben. Wachstum und soziale Nachhaltigkeit, das, denke ich, ist also ein Thema, das stärker in den Mittelpunkt gerückt werden muss in Zukunft, genauso wie Wachstum und Gerechtigkeit. Sie wissen, dass in dem Brundtland-Report Gerechtigkeit gefordert wird, und zwar in zweifacher Weise. Einmal heißt es dort, dass mehr Gerechtigkeit zwischen den Ländern, vor allem zwischen, wie das früher so hieß, Nord und Süd, also zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, hergestellt werden soll. Und die zweite Gerechtigkeitsforderung, das ist die intragenerationelle Gerechtigkeit. Und die zweite Gerechtigkeitsebene oder Forderung ist dann die intergenerationelle Gerechtigkeit. Wie das im Brundtland-Bericht steht, die heutige Generation soll ihre Bedürfnisse so befriedigen, dass auch zukünftige Generationen in gleichem Maße zumindest ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und da stellt sich natürlich die Frage, welchen Beitrag leistet dazu Wachstum? Oder wie wird Wachstum verteilt? Und dabei können wir eben feststellen, dass die Einkommensungleichheit oder die Einkommensdisparitäten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ja hinreichend bekannt sind. Aber ich denke, dass eigentlich das größere Problem die Einkommensdisparitäten in den einzelnen Ländern ist. Nehmen Sie mal folgende Situation. Nochmal Indien, wo wir die Situation haben, dass es kein anderes Land zurzeit weltweit gibt, wo so viele Millionäre und Milliardäre entstehen wie in den letzten zehn Jahren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir in Indien nach wie vor die Situation, dass wir mit die höchste Armutsquote haben. Das heißt, es ist ein Verteilungsproblem. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der sicher genauso schlimm ist, den hatten wir ja auch in Deutschland oder haben ihn immer noch, dass eben sehr viel Finanzkapital auch aus Indien in die Steueroasen gebracht wird. Das sind Milliarden- und Billionenbeträge. Also seit Existenz von Indien wird geschätzt, dass das in die Billionen geht. Stellen Sie sich vor, das Geld wäre in Indien geblieben, dann bräuchte Indien überhaupt keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Also das sind einfach Themen, die auch verstärkt diskutiert werden müssen. Und was die Bundesrepublik Deutschland anbetrifft, so können Sie in den OECD berichten. Und das sind ja nun wirklich keine linken Berichte oder sonst was, sondern OECD ist die Dachorganisation der Industrieländer. Und in den OECD-Berichten so in den letzten Jahren, die haben mehrfach Berichte herausgebracht zur Verteilung von Einkommen, wird immer wieder gefordert, dass wir hier eine Umverteilung brauchen, aus verschiedenen Gründen. Und vor allem die Bundesrepublik Deutschland wird hier gefordert, explizit, wörtlich, in den Berichten steht das drin, weil die Bundesrepublik Deutschland unter den Industrieländern das Land mit den stärksten Einkommensdisparitäten ist. Das muss man einfach dann auch so zur Kenntnis nehmen und kann sich da wirklich drauf berufen. Und OECD, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt, hat dann eben auch in den Publikationen immer wieder darauf hingewiesen, dass Wachstum eben auch zu mehr Ungleichheit führt. Und das war zum Beispiel, möchte ich auch ganz kurz aufgreifen, eine meiner Kritiken an dem geplanten TTIP, wo ja von der politischen Seite von der Regierung gesagt wird, wir wollen dieses TTIP haben, weil dadurch mehr Wachstum entsteht. Erstens, gucken Sie mal hin, wie viel mehr Wachstum da wirklich entsteht. Und zweitens glaube ich wirklich, und da gibt es auch Publikationen dazu, glaube ich wirklich, dass dieses Wachstum, das durch TTIP entsteht, die Einkommensdisparitäten eher vergrößert als verkleinert. Wie gesagt, auch alles nachzulesen in den OECD-Berichten, also das ist jetzt nicht das, was ich mir hier ausdenke, sondern ich basiere natürlich auf vielerlei Berichten. Auf einen möchte ich noch mal ganz kurz kommen, auf Thomas Piketty. Vielleicht haben Sie von dem gehört, das ist ein Franzose, der ein ganz dickes Buch herausgebracht hat mit dem Titel das Kapital im 21. Jahrhundert. Und damit hat er unheimlich Furore gemacht. Das wurde ja auch in allen Zeitungen dann rezensiert und so weiter. Man kann zu dem Buch stehen, wie man will, aber er weist auf einen wichtigen Tatbestand hin, nämlich, dass er sagt, die Einkommensdisparitäten erklären sich eben nicht nur, er sagt, glaube ich, sogar nicht hauptsächlich daraus, dass das Einkommen durch den Produktionsprozess oder durch die Einkommen, die eben durch den Produktionsprozess entstehen, immer ungleicher wird, sondern er sagt, die Einkommensdisparitäten werden sehr stark dadurch befördert, dass das Vermögen immer ungleicher wird. Es gibt immer mehr Menschen, die praktisch von ihrem Vermögen leben, die also ihr Vermögen so anlegen. Ich kenne auch einige Leute, die ihr Vermögen so angelegt haben, dass sie davon leben können, ohne dass sie dann noch groß arbeiten müssen. Und er sagt, das ist eine fatale Situation, weil wir da doch erstens eine wachsende Einkommensdisparität haben und zweitens, sagte Piketty sehr schön auch, wir haben dadurch natürlich auch eine Generation von Menschen, die einfach im Arbeitsprozess gar keine Rolle mehr spielen. Und das sieht er als Gefahr auch für unsere Gesellschaft. Nochmal, Wachstum und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein konstitutives Merkmal nachhaltiger Entwicklung. Deshalb müssen wir uns, wenn wir nachhaltige Entwicklung ernst nehmen, müssen wir uns damit eben auch beschäftigen. Und da haben wir einen Konflikt, der, glaube ich, bisher in der politischen Agenda nicht in ausreichendem Maße präsent ist. Ich würde fast sagen, das gilt fast für alle Parteien, vielleicht für die Linken noch am wenigsten, aber wer greift sonst das Thema der Verteilung, gerechten Verteilung und so weiter schon auf? Anforderungen an ein nachhaltiges Wachstum. Möchte ich das noch mal ein bisschen deutlich machen, welche Auswirkungen hat diese starke Einkommensdisparität? Entscheidend ist, dass es inzwischen eine Mehrheit an Literatur dazu gibt, die sagen, Einkommensungleichheit wirkt sich negativ auf wirtschaftliches Wachstum aus. Lange Zeit gab es da eine Kontroverse. Und je nachdem, wie man interessiert war an dem Thema, hat man entweder auf der einen oder auf der anderen Seite gestanden. Aber inzwischen ist es nun wirklich so, dass die Mehrzahl der Analysen und Literatur hier zu Fachliteratur eindeutig zu dem Ergebnis kommt, Einkommensungleichheit, vor allem eine steigende Einkommensungleichheit, führt auch zu weniger Wirtschaft, also hat negative Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum. Wir haben da einen Indikator, anhand dessen wir das messen können, nämlich den Gini-Koeffizienten. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen davon gehört. Das ist einfach die Frage, wie groß ist die Ungleichverteilung. Wenn die Verteilung absolut gleich wäre, dann haben wir eine Gerade. Wenn sie ungleich ist, dann haben wir eine Kurve, anhand derer wir dann eben den Gini-Koeffizienten ablesen können. Und der ist immer zwischen 0 und 1. Manche sagen auch zwischen 1 und 100. Das ist an sich ganz egal. Aber das Entscheidende ist, dass in einer Reihe von Untersuchungen heute darauf hingewiesen wird, dass ein Anstieg des Gini-Koeffizienten, das heißt eine stärkere Gleichverteilung, zum Beispiel um einen Punkt von, sagen wir mal 0,4 auf 0,5, gleichzeitig eben dazu führt, dass wir ein Wachstum haben in fünf Jahren um 0,8 Prozent. Das heißt also, hier gibt es wirklich eindeutige empirische Belege oder Prognosen, wie sich das auswirkt. Dann gibt es einen Ökonomen, den ich auch persönlich sehr schätze, auch einen Nobelpreisträger, Josef Stieglitz, der für die USA immer wieder hervorgehoben hat, das Wachstum oftmals zu einer Zunahme von Armut und Einkommenseinbußen vor allem der Mittelschicht führt. Josef Stieglitz hat es auch mehrfach publiziert, dass er gesagt hat, wir haben an sich in den USA relativ viel Wachstum, aber wir haben eine erodierende Mittelschicht. Das heißt, die Mittelschicht sackt auch einkommensmäßig immer weiter ab und die Armut nimmt tendenziell in den USA trotz Wachstum zu. Und das ist natürlich dann auch zu erklären mit einer bestimmten Verteilung von Wachstum. In dem Zusammenhang komme ich natürlich als jemand, der sehr stark das Paradigma der nachhaltigen Entwicklung vertritt, an einen kritischen Punkt. Man könnte natürlich aus der Perspektive der nachhaltigen Entwicklung sagen, soll das Einkommen immer ungleicher verteilt werden, dann haben wir eben weniger Wachstum. Und dann haben wir natürlich auch schon mal etwas erreicht, was der nachhaltigen Entwicklung durchaus zugute käme. Aber ich komme jetzt gleich eben noch auch darauf zurück, wie wir zu einem nachhaltigen Wachstum kommen können. Also zusammengefasst zunächst erst noch mal, wir haben extrem unterschiedliche Positionen zu dem Thema Wachstum, auch zu einem nachhaltigen Wachstum. Also zum Beispiel die Neoklassiker sagen, dadurch, dass wir ja Umweltschutz wollen und Umweltschutz auch im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit ist, brauchen wir mehr Wachstum. Insofern positionieren die sich durchaus auch zum Teil an dieser Kategorie nachhaltiges Wachstum. Die Wachstumsbefürworter, Wachstum ermöglicht erst Umweltschutz, hatte ich gerade gesagt. Und genau die Gegenposition Wachstumsgegnerwachstum zerstört ökologische Systeme und erzeugt Abhängigkeiten. Diesen letzten Begriff der Abhängigkeiten, den vertritt eben auch in sehr starkem Maße, zum Beispiel Angelika Zahn als Postwachstumsgesellschaft Vertreterin, die sagt, wir sind einfach zu abhängig von Wachstum und auch hinsichtlich unseres Konsums. Der Konsum wird immer größer und macht uns nicht unbedingt zufriedener. Auch dazu gibt es viele und interessante Diskussionen. Das ist übrigens auch in dem Buch von Tim Jackson sehr schön beschrieben, finde ich, indem er sagt, da gibt es empirische Untersuchungen, die sagen, wenn wir ein Wachstum alle hätten, so ungefähr wie das Durchschnittseinkommen in südeuropäischen Ländern, könnten wir unsere ganzen Bedürfnisse sehr schön befriedigen und wären zufrieden. Was darüber hinausgeht an Einkommen, und da gehören ja viele von uns auch dazu, die ein höheres Einkommen haben, dient uns primär eigentlich zu Statusaspekten. Das heißt also, wir verwenden dann eigentlich nicht mehr unser wachsendes Einkommen zur Bedürfnisbefriedigung, sondern manche kaufen sich dann ein größeres Auto, manche kaufen sich vielleicht noch schönere Kleidung und so weiter, dient also sehr stark zur Befriedigung oder zur Aufrechterhaltung von bestimmten Statussymbolen. Also, Wachstumsgegner, Wachstum zerstört ökologische Systeme und erzeugt Abhängigkeiten. Die für mich unberücksichtigte Frage ist in dem Zusammenhang, was wächst eigentlich, und ich glaube, das haben Sie hier auch in der Reihe schon so ein bisschen diskutiert, was wächst eigentlich, welche Umweltauswirkungen ergeben sich daraus und was soll wachsen. Ich möchte das ganz kurz aufgreifen, weil wir dazu eine Untersuchung gemacht haben für die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben uns 45 Branchen angeschaut und haben mal gefragt, welche wachsen denn überhaupt. Und dabei können Sie feststellen, es gibt viele Branchen, die stagnieren oder sind auch rückläufig. Also, es ist ja nicht so, dass eine Volkswirtschaft insgesamt wächst. Das ist immer mit dem Bruttoinlandsprodukt das große Missverständnis, dass man immer das Gefühl hat, unsere Wirtschaft wächst. Das sagen auch viele Politiker, obwohl es eigentlich falsch ist. Insofern ist die Frage a, was wächst? Und dann gucken wir mal genauer hin, wie stark sind die Umweltbeeinträchtigungen dieser Sektoren? Und ich kann Ihnen einfach mal das deutlich machen an drei Sektoren. Erstens, was wächst und was wächst stark in der Bundesrepublik und was ist stark umweltbelastend? CO2 als Indikator, Energiesektor, ganz stark nach wie vor umweltbelastend. Solange wir nicht mehr regenerative Energie haben, wird sich daran auch nichts ändern. Und das Zweite ist natürlich die Mobilität. Der Verkehr ist extrem umweltbelastend. Und wenn wir das wissen, was wächst und wie umweltbelastend sind denn diese einzelnen Sektoren, dann können wir uns natürlich auch fragen oder sollten uns fragen, wie können wir das eigentlich in den Griff kriegen? Und Sie haben vielleicht den, ich nenne das Schwabenstreich gehört, aus Stuttgart. Wir haben eine sehr hohe Feinstaubbelastung, CO2-Belastung. Was hat man gemacht in Stuttgart? Man hat gesagt, wir versuchen das an den Verstand der Bevölkerung zu bringen. Wir stellen Tafeln auf, wo draufsteht, zu hohe Feinstaubbelastung und so weiter. Lassen Sie Ihr Auto stehen. Montag zum ersten Mal in dieser Woche passiert. Es war offensichtlich kein großer Erfolg. Es war eine freiwillige Aktion. Und insofern ist das natürlich so eine Frage, soll es in die Richtung wirklich gehen? Aber trotzdem bleiben wir bei der Frage, was soll eigentlich wachsen? Es ist ja nicht alles schlecht, was wächst. Zum Beispiel der Bildungsbereich, der Gesundheitsbereich. Ein Bereich, der ganz stark wachsen wird, auch in den nächsten Jahren, ist natürlich die Altenbetreuung und so weiter. Wenn Sie sich alleine mal vergegenwärtigen, dass die Wohlfahrtsverbände in Deutschland deutlich mehr, und zwar viel mehr Beschäftigte haben als meinetwegen ein großes Unternehmen wie Daimler, dann wird daran deutlich, dass es eben sehr wohl auch Wachstumsbereiche gibt, gerade in unserem Wohlfahrtssektor, wo ich sagen würde, das ist doch gesellschaftlicher Wünscht und umweltpolitisch auch relativ unbedenklich. Also insofern denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier unsere Wirtschaft einfach auseinandernehmen. Übrigens auch in dem Gutachten von Stieglitz, also in dem Beauftragten von Sarkozy, Stieglitz, Sen und Fitussi haben dieses Gutachten dann gemacht mit einem großen Expertenstab zusammen. Die sagen auch, wir müssen uns viel mehr beschäftigen mit dem Bruttoinlandsprodukt. Was passiert da eigentlich und welche Strukturveränderungen ergeben sich auch? Und dann muss man eben, wenn der Verkehr so umweltbelastend ist, dann muss man eben auch sagen, was ist zu tun, dass wir schneller zu alternativen Antriebsaggregaten kommen, schneller zu Elektromobilität meinetwegen oder welche Bereiche auch immer. Insofern mache ich Ihnen hiermit schon mal deutlich die Richtung, in welche Richtung das politisch, wirtschaftspolitisch zu gehen hat. Oh ja, jetzt geht es nicht mehr weiter. Wir können tendenziell sagen, die Anforderungen, die ich Ihnen jetzt aufgezeigt habe, für ein nachhaltiges Wachstum, also ökologisches Wachstum, aber auch soziales Wachstum oder Wachstum einer sozialen Nachhaltigkeit, können wir sicher davon ausgehen, dass wir zu einer Verringerung quantitativen Wachstums kommen. Aber ich möchte das auch noch mal an einem Beispiel deutlich machen, wo Sie mir sicher auch zustimmen werden. Wenn wir uns allein mal anschauen, wie umweltbelastend der ganze Agrarsektor ist, auch in Deutschland, ich bin relativ oft im Allgäu, im Süden von Deutschland und erlebe das, wie die da mit dem Dünger umgehen und so weiter. Das Wasser ist, das Grundwasser ist schon betroffen davon und so weiter. Würden wir endlich im Landwirtschaftsbereich auf organischen Landbau, auf biologischen Landbau umstellen, würden wir natürlich weniger produzieren. Aber das wäre kein Problem, denn wenn wir wissen, dass ungefähr 50 Prozent unserer ganzen Lebensmittel ja gar nicht durch unsere Mägen gehen, sondern direkt auf dem Müllhaufen landen, dann könnte man sagen, okay, mit organischem oder biologischem Anbau kämen wir da sicher sehr gut zurecht. Dann hätten wir weniger Wachstum, das ist sicher richtig. Aber die Frage ist, würde uns das in unserer Lebensqualität beeinträchtigen? Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt und so könnten wir viele andere Bereiche auch noch durchgehen. Dann ein Punkt, der sehr wichtig ist und den ich auch den Wachstumsgegner immer wieder entgegenhalte, dass sie eigentlich nicht in ausreichendem Maße untersuchen, was hätte es denn für Konsequenzen, wenn wir das Wachstum schrittweise reduzieren würden, also über einen längeren Zeitraum reduzieren. Da kommen sehr vage Vorstellungen von den Wachstumsgegnern. Ich habe das auch, können Sie in 14 Tagen auch noch mal mit ihr diskutieren, mit Angelika Zahn versucht zu diskutieren. Wir kommen da nicht richtig weiter. Und da gibt es aber zwei, die sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, nämlich der kanadische Ökonom Peter Victor und Tim Jackson. Und die arbeiten jetzt auch zusammen, da schließen sich auch andere dazu. Die sagen, lasst uns mal verschiedene Szenarien durchspielen. Wir stellen einfach mal rein hypothetisch das Wachstum ein und gucken uns, wie sich das auswirkt, ohne dass das wirtschaftspolitisch begleitet wird, dieser Prozess. Es würde ins Chaos führen, um das gleich zu sagen. Und dann haben Sie aber einen Weg aufgezeigt, habe ich übrigens auch in diesem kleinen Buch, das Sie umsonst bekommen, alles geschrieben. Dann haben Sie einen Weg aufgezeigt, wo Sie sagen, wenn wir das Wachstum nach und nach reduzieren, aber das wirtschaftspolitisch entsprechend begleiten, dann könnte das sehr wohl dazu führen, dass wir eine größere Gleichverteilung hätten, dass wir einen geringeren Umweltverbrauch hätten, geringeren Ressourcenverbrauch und so weiter. Das heißt, es gibt Wege, wo wir die makroökonomischen Auswirkungen, also gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines geringeren Wachstums sehr wohl auch darstellen können, modellieren können und so weiter. Aber was ich eben so ein bisschen traurig finde, ist, dass bisher jedenfalls die Wachstumsgegner sich dessen noch nicht so richtig bedient haben. Wirtschaftspolitische Handlungsoptionen. Zentrale Frage ist, was wächst und welche Auswirkungen hat das Wachstum auf Umwelt und Gesellschaft? Das ist für mich aus der Nachhaltigkeitsperspektive wirklich die zentrale Frage. Und deshalb brauchen wir dann eben eine sehr differenzierte Analyse des Bruttoinlandsproduktes, so wie ich es schon so ein bisschen aufgezeigt habe. Eine Analyse der Struktur von Wirtschaftswachstum, um nochmal das aufzugreifen, also was wächst eigentlich, was wächst nicht und wie stark umweltbelastend sind die einzelnen Bereiche. Um den Strukturwandel auch mal deutlich zu machen, die chemische Industrie war lange Zeit eine Branche, die stark gewachsen ist und gleichzeitig einen relativ hohen CO2-Ausstoß hatte. Dieser CO2-Ausstoß ist bei der chemischen Industrie dramatisch zurückgegangen. Und insofern kann man hier Beispiele dafür geben, dass eben auch umweltbelastende Branchen sich verbessern und ich möchte jetzt gar nicht die chemische Industrie per se irgendwie gut oder schlecht oder sonst was machen, sondern ich wollte nur zeigen, es ist möglich in bestimmten Branchen, das eben einfach zu, wie man so schön sagt, auch so ein bisschen zu entkoppeln. Analyse. Wir brauchen auch längerfristige Trends, wie entwickelt sich das Wachstum, denn es ist ja nicht so, dass die Wachstumsbranchen ein für alle Mal Wachstumsbranchen sind, sondern da kippen auch manche und verlieren an Bedeutung. Welche Wirtschaftssektoren, wirtschaftspolitischen Bereiche sind in dem Zusammenhang besonders wichtig, die wir übrigens auch in Vietnam sehr intensiv diskutieren. Das ist der Energiesektor, da sind wir auf einem guten Weg und ich kann Ihnen sagen, es ist erstaunlich, wie viele Regierungen weltweit zurzeit auf Deutschland schauen, ob wir das mit der Energiepolitik wirklich schaffen. Also die vietnamesische Regierung hat mir das auch gesagt. Die haben 18 Atomkraftwerke projiziert, geplant und haben das jetzt zurückgestellt und haben gesagt, jetzt gucken wir erstmal, ob die Deutschen das schaffen und dann sehen wir, ob wir da auch stärker in regenerative Energieträger einsteigen wollen. Genauso übrigens wie Brasilien und auch andere Länder. Der Verkehrssektor ist weltweit schlimm und ich würde auch tendenziell sagen, der Verkehrssektor ist auch ein soziales Problem. Haben wir wirklich eine Mobilität, so wie sie für uns wichtig ist? Ich meine, Sie haben das sicher alle schon erlebt, wenn Sie mit der Bahn unterwegs sind. Da sind manchmal die Anschlüsse zwischen den Zügen so gering abgestellt, dass ältere Menschen gar nicht mehr mit der Bahn zurechtkommen, weil sie da zu schnell gehen müssen und so weiter. Ich habe das oft auf dem Frankfurter Bahnhof schon erlebt. Also da müssen wir uns eben auch fragen, ob der Verkehrssektor tatsächlich sozial optimal ausgerichtet ist, wo wir natürlich in einer sehr guten Situation, das hatte ich schon angedeutet, sind, sind die sozialen Dienstleistungen. Das ist ein Wachstumsbereich, wo ich keine Probleme mit habe. Und es gibt natürlich auch andere. Es gibt auch Bereiche im industriellen Sektor, gerade die chemische Industrie, wo wir eben auch positive Tendenzen feststellen können, was die Umweltbelastung anbetrifft. Insofern, denke ich, lohnt es sich, sich eben mit einer Volkswirtschaft sehr differenziert auseinanderzusetzen und zu sagen, wo stehen wir hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit und der sozialen Nachhaltigkeit. Orientierung der wirtschaftspolitischen Handlungsoptionen. Die Frage ist nicht, Wachstum ja oder nein. Die Frage ist, welches Wachstum ist ökologisch, wirtschaftlich und sozial erwünscht. Das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage und da bedarf es natürlich noch weiterer Forschungsaktivitäten. Folgende wirtschaftspolitische Instrumente sind darauf auszurichten. Das Steuersystem ist sicher eines der wichtigsten Instrumente. Dann aber auch Subventionen. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Untersuchung, vielleicht kennen Sie die auch, vom Umweltbundesamt, also eine staatliche Institution, die vor einiger Zeit einen Bericht herausgebracht hat, dass 50 Prozent unserer Subventionen umweltschädlich sind. 50 Prozent. Das haben wir natürlich auch gleich den Vietnamesen gesagt und haben gesagt, guckt euch mal eure Subventionspolitik darauf an, wie stark die Umweltaspekte tatsächlich schon berücksichtigen. Konjunkturprogramme. Sie können sich an die Finanzkrise erinnern und dann die anschließenden Konjunkturprogramme, Konjunkturprogramme, die weltweit eigentlich von allen Regierungen erlassen wurden. Und da hat man festgestellt, Tim Jackson auch, hat festgestellt, hat das mal verglichen und hat festgestellt, dass Südkorea 80 Prozent dieses Konjunkturprogramms auf umweltfreundliche Maßnahmen ausgerichtet hat. Deutschland 15 Prozent. Dann natürlich auch die ganze Forschung und Entwicklung muss sehr viel stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Da sind wir auf einem ganz guten Wege, aber da kann sicher auch noch mehr getan werden. Es gibt sicher weitere Punkte, deshalb habe ich das hier offen gelassen, wo wirtschaftspolitische Instrumente nachhaltige Entwicklung und ein nachhaltiges Wachstum stärker fördern können. Aber das können wir auch dann gerne noch diskutieren. Ja, meine Damen und Herren, ich sollte bis ungefähr 19 Uhr referieren. Sie sehen, ich habe mich daran gehalten. Danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und wenn Sie noch Fragen haben, können wir die gerne jetzt dann diskutieren. Vielen Dank.